So, hier habe ich einen alten Mercedes Zylinderkopf, der ist schon sehr, sehr alt und der hatte überall schon Loch, Gras an den Wasserkanälen. Den haben wir geschweißt und jetzt laden den gerade. Langsam habe ich den Schweißladen weg. Jetzt stehen die ersten, die auf der eigentlichen Fläche an. Ja, noch einen kleinen Schlichtgang und dann ist der wieder okay. Vielleicht muss ich eben noch prüfen, ob das Einlassventil dicht ist, weil der Schweißladen ist fast an den Ventilsitzring dran geschweißt. Und nicht, dass sich da was verzogen hat, wenn ich jetzt so ein Ventilsitzring erst umgegessen. Und nicht, dass sich da was, wenn ich jetzt so ein Ventilsitzel bin. Jetzt noch zwei, drei Hinweise zu stellen und das müsste der letzte Gang sein. Jetzt noch zwei, drei Hinweise zu stellen. Vielleicht sieht es gut aus, aber ich würde sagen, es ist ja gleich kärtlich.